Textbuch Kapitel 6 Die Lektionen der Liebe Nummer 5 Die Lektionen des Heiligen Geistes A. Damit du hast, gib allen alles. Seite 104-106 Wenn dein Körper und dein Ego und deine Träume vergangen sind, wirst du erkennen, dass du ewig wärst. Vielleicht denkst du, das werde durch den Tod erreicht. Aber nichts wird durch den Tod erreicht, weil der Tod nichts ist. Alles wird durch das Leben erreicht, und das Leben ist vom Geist und im Geist. Der Körper lebt weder noch stirbt er, weil er dich, der du das Leben bist, nicht fassen kann. Wenn wir den gleichen Geist miteinander teilen, kannst du den Tod überwinden, weil ich es tat. Der Tod ist ein Versuch, den Konflikt dadurch zu lösen, dass man sich gar nicht entscheidet. Wie jede andere unmögliche Lösung, die das Ego versucht, wird das nicht funktionieren. Gott hat den Körper nicht gemacht, weil er zerstörbar ist und daher nicht vom Himmelreich ist. Der Körper ist das Symbol dessen, was du zu sein vermeinst. Er ist eindeutig eine Einrichtung zur Trennung und daher existiert er nicht. Der Heilige Geist nimmt, wie immer, das, was du gemacht hast, und übersetzt es in eine Lerneinrichtung. So dann deutet er, ebenfalls wie immer, das, was das Ego als Argument für die Trennung verwendet, in ein Zeugnis gegen sie um. Wenn der Geist den Körper heilen kann, der Körper aber nicht den Geist, dann muss der Geist stärker als der Körper sein. Jedes Wunder zeigt dies auf. Ich habe gesagt, dass der Heilige Geist die Motivation für Wunder ist. Er sagt ja immer, dass nur der Geist wirklich ist, weil nur der Geist miteinander geteilt werden kann. Der Körper ist getrennt und kann daher nicht Teil von dir sein. Eines Geistes sein ist bedeutungsvoll, eines Körpers sein hingegen bedeutungslos. Den Gesetzen des Geistes zufolge ist der Körper also ohne Bedeutung. Für den Heiligen Geist gibt es bei Wundern keine Rangordnung der Schwierigkeit. Das dürfte dir unterdessen ziemlich vertraut sein. Aber es ist für dich noch nicht glaubhaft geworden. Deshalb verstehst du es nicht und kannst es nicht nutzen. Wir haben im Namen des Himmelreichs zu viel zu vollbringen, als dass wir uns dieses entscheidende Konzept entgleiten lassen dürften. Es ist ein wirklicher Grundstein des Denksystems, das ich lehre und von dem ich möchte, dass du es lehrst. Du kannst keine Wunder wirken, ohne das zu glauben, weil es der Glaube an vollkommene Gleichheit ist. Nur eine einzige gleiche Gabe kann den gleichen Söhnen Gottes angeboten werden und das ist volle Würdigung. Nicht mehr und nicht weniger. Ohne Spielraum ist eine Rangordnung der Schwierigkeit ohne Bedeutung und dem, was du deinem Bruder schenkst, kann kein Spielraum zugrunde liegen. Der Heilige Geist, der zu Gott führt, übersetzt Kommunikation in Sein, genau wie er am Ende Wahrnehmung in Erkenntnis übersetzt. Du verlierst nicht, was du kommunizierst. Das Ego verwendet den Körper zum Angriff, zur Lust und für den Stolz. Der Wahnsinn dieser Wahrnehmung macht sie für wahr angsteinflößend. Der Heilige Geist sieht den Körper nur als ein Kommunikationsmittel an. Und weil Kommunizieren miteinander teilen ist, wird es zur Kommunion. Vielleicht denkst du, Angst lasse sich ebenso kommunizieren wie Liebe und daher mit anderen teilen. Das ist jedoch nicht so wirklich, wie es scheinen mag. Wer Angst kommuniziert, fördert Angriff. Und Angriff unterbricht immer die Kommunikation, wodurch er sie unmöglich macht. Egos verbinden sich tatsächlich in vorübergehender Treue, aber immer um dessen Willen, was jedes separat bekommen kann. Der Heilige Geist kommuniziert nur, was jeder allen geben kann. Er nimmt niemals etwas zurück, weil er will, dass du es behältst. Daher fängt seine Unterweisung mit der Lektion an. Damit du hast, gib allen alles. Das ist ein Schritt, der ganz am Anfang steht und auch der einzige, den du selber tun musst. Es ist nicht einmal nötig, dass du den Schritt selber vollendest, aber es ist notwendig, dass du dich in diese Richtung wendest. Wenn du beschlossen hast, diesen Weg zu gehen, übernimmst du die Obhut über die Reise, die du und du allein beibehalten musst. Es mag aussehen, als verschärfet dieser Schritt den Konflikt, statt ihn aufzulösen, weil er der erste Schritt dazu ist, deine Wahrnehmung umzukehren und sie wieder auf die Füße zu stellen. Das führt zum Konflikt mit der auf dem Kopf stehenden Wahrnehmung, die du noch nicht aufgegeben hast, sonst wäre der Richtungswechsel nicht nötig gewesen. Manche verweilen lange Zeit bei diesem Schritt und erfahren einen sehr akuten Konflikt. An diesem Punkt versuchen sie vielleicht, den Konflikt zu akzeptieren, anstatt den nächsten Schritt zu seiner Lösung hinzutun. Da sie jedoch den ersten Schritt getan haben, wird ihnen geholfen werden. Wenn sie sich erst einmal für das entschieden haben, was sie alleine nicht vollenden können, sind sie nicht mehr allein. Damit du hast, gib allen alles. und dann schluss. Untertitelung des ZDF, 2020